Na, noch Fire Projection wäre vielleicht nicht schlecht. Okay, rausrennen, raus. Wo willst du raus? Da geht's raus. Also Schallplatten habe ich mir irgendwie angewöhnt, überhaupt nicht mehr mitzunehmen. Weil ich auch so ein Scheiß wie Dings, so ein Schallplattenspiel überhaupt nicht baue. Weil... keine Ahnung. Oh Gott. Ich brauche Licht. Ich bin mal schnell ALFK, weil ich auf Klomus. Ah, das klar. Ich vertraue niemanden mehr. Niemandem! Da, sa, 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 sa. Bis gleich. Ja, also... Nicht wahr. Ich wäre dann hier, weil ich noch... Oh, 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 oh. Alles mitnehmen, was so geht. So, ich muss erstmal hier gegen das Keletten kämpfen. Alles cool. So, alles mitnehmen, natürlich. Mal kurz das Inventar angucken. ok alles klar dass ich nur weiß wieviel ich etwa mitnehmen kann und da haben wir Gold ok kann ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen muss ich gucken so und das will ich auf jeden Fall und das hier so und da bin ich auch schon wieder und ich hab grad mir ist auffallen, dass ich einen Fehler gemacht habe ich hab mich eingebaut ohne eine Spitzhacke echt jetzt? ja das ist sehr schön so was oh Gott ich sag mal geil oder? ja richtig geil ich werde jetzt nur eins machen jetzt nachhause rennen das Zeug erstmal einschmelzen und alles ja kannst gerne machen da habe ich nichts dagegen ok ich hab ein Stack Kohle verloren wie es aussieht ne Eisen habe ich noch ein Stack ja ja ein bisschen was konnte ich retten ach nicht alles oder wird ja es ist ich bin es ist ich bin es ist zu nicht es ist stimmt brauchen wir lapis bestimmt immer mehr mit Platz finden das ist egal ich weiß ich glaube ich möchte die erst weg ja wenn ich von mir nun das ist gut zu machen ich weiß nicht schauflig gern sie sehen wie war nur ein Kind zu verfolgen auch springen und ganz sexy weil er die weitläufig dies die die hülle hier ist auch gold der gold kann ich leider nicht mitnehmen und total und ich weiß noch dass man hat mit dem goldenen loo so die hohe und das alles nur los und alle die beiden haben wir alles ich sterb gleich und das kommt schon gut noch was in meinem Kopf das ist nicht in ruhe ist jetzt nicht dein ernst oder also dass das wie ich mach zwei herzen seit wann machen das zwei herzen zwei herzen schaden der sich meinst du überhaupt jetzt brenn mal eisen Wieso denn? Jetzt sollst du da am Steinscheid hinrennen können. Hab ich auch die ganze Zeit gemacht. Oh, Mann. Alter, wie weit weg. Immer noch ein paar Öffel. Mhm. Ich kann ja hier gar nicht runter. Oh, du kannst mal runter zum Feld, da ist ein bisschen was gewachsen. Mhm, ich weiß. Das ist ein bisschen was. Ja, weiß ich, ich will die switchen als mit dem Mausrad. Dann geht's anfangs nicht, dann mach ich's nochmal. Dann sind's aber schon drei weiter, weiß ich. Wow. Ich muss mir die Dinge abbauen. Oh, du hast keine Spitzhacke. Boah, Alter. Das ist los, wenn doch. So, der Kack kommt erstmal da rein. Was, Heiko spielt Tom Clancy's, was? Was spielt der? Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht ganz vorliegt, das kann ich auch nicht wissen. Ich, das, das Name hat nicht mal ganz drauf gepasst. Ich spiele das dann oder was. Wo ist denn der Dev Point genau? Hier in etwa. Ich glaube, ich komme genau raus. Erst mal Eisen mitnehmen. Während Maus sich nach unten kremst. Hier ist Erde. Hier ist wieder nicht Erde. Oh, was ist das? Tin! Jawohl. Erst mal Tin mitten. Ja. Und ich glaube, hier braucht man für die, äh, Quarry auch nicht so viel, oder? Auch nicht so viele Rohstoffe. Ja, klar. Genau, gleich viel wie beim normalen Taget. Ja, klar. Echt? Ja. Ja. Da kommt der Kacke rein. Da kommt der Kacke rein. Ähm, nein, das kommt so hier. Das kommt da rein. Oder so wie das. Da kommt das rein. Das kommt immer da rein. Alter, warum habe ich jetzt so wenig Platz? Ach, weil ich Erde noch dabei hatte. Das ist so.